hallo und herzlich willkommen zurück zu let's play sniper elite ja das ist schon mittlerweile die siebte folge und diesmal habe ich einen gast dabei den samuel ja wir spielen zusammen koop kampagne und wir machen jetzt einfach mal machen wir bereich zum kampf jawohl moment go 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 ich muss auf jeden fall gleich mal das spiel leiser stellen das ist echt laut jetzt wusste ich wie ich müller erwischen konnte mit einem guten schuss vom flakturm zu seinem kommandoturm aber die russen hatten sich genährt sie schnitten mich von meinem aussichtspunkt ab ich musste die frontlinie überqueren an den angreifenden roten vorbei und eine der am besten verteidigten festungen in berlin infiltrieren dafür trainiere ich nur ich mein gewehr und ein ziel nur ich mein ich würde sagen ich übernehme den stehenden den sitzenden aber das feuer hat mir schon gemacht ich übernehme den stehenden drei zwei eins schuss wenn er sich gestorben nicht gestorben aber auch nicht wort der fahrer was der fahrer als nicht so scheiße schwach die waffe räum mal die gleich kleinen räumen die mal aus ja man hab drei gewehr 43 es ist echt die mission die nach nach dem Kürchtung kommt ich glaube ich wollte und man geht schon schießerei los was los hier schießerei schießerei was ist los hier wo ich wurde gesichtet koffen so erst mal hier ich muss sagen das war immer schön weg hier ein headset habe ich da unten sind welchen laufen wir schon mal hier rum weil da kommt schon welche ds habe ich hingegeben 8 ich hatte das immer ist bei dir auch so wenn du rennst dann kommt auch immer so schnell kosten das die menü ja deswegen renne ich eigentlich auch normal also ich glaube einfach normal ohne zu rennen Kriegsgobu Kriegsgobu was los sagen wird jetzt umgenietet was los ich würde sagen wir gehen weiter runter Munitionskiste ich habe durchs ist eingetötet ich weiß es nicht habe nicht gezählt durch das erste mal die mission gespielt habe alter ich wusste echt nicht wo ich lang muss irgendwie lott von draußen oder was das ist ja bloß nicht ja ja ich habe letztens wieder zwei auf einmal getötet das richtig ich weiß es habe ich auch schon gehabt ich habe so schön geschafft irgendwie lol die granaten kill mache ich mal voll oft wenn du auf diese drauf schießt ja ja das macht richtig Spaß aber hier gibt es ein Multiplayer gibt schon diese x-ray killcam nicht leider ja nur bei manchen ich habe glaube ich gerade wieder zwei ich rück schon mal ein bisschen weiter rum die musik ist so laut irgendwie aber warte verdammt jetzt habe ich irgendwie pausiert das war's doch da oben ist eine weinflasche wo bei mir fährt ein auto vorbei das gehört ich suche nie nach weinflaschen und die meisten wir stehen immer und wurde und dann sieht sie so gut wie gar nicht ich weiß wo sind die Weißflasche ne es ist doch nicht da also ich dachte sie wer da wird sie nicht ah, hier sind eine Munitionskiste also Munitionskiste gefunden nice bleibt man da was du bist du da okay dann sollen wollen wir schneiden ich hab schon die rufen schon nach mir schaft jetzt zu Leute ich hab grad so 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 ein Zielvisier gehabt auf einmal so einen roten Punkt wie so ein Einbotsatz aus oh Leute ich hab dein dein Schuss hab ich gesehen echt? ja Leute wenn du auf den Leuten drauf bleibst ich krieg die ganze Zeit sowieso ein rotes Quadrat das heißt wahrscheinlich dass ich auf die ziehe oder so ja vielleicht dann ja das kann sein so das war's schon ich renne schon mal hoch ja ich komm erstmal hier raus und ich suche erstmal den Ausweg ach oh da kommt's alle raus Alter ich einfach mal nicht treffe mit drei Schüssen oder so Alter ich hab hier mal ne Granate gebrochen ach ich bin gleich tot statt nach ja mit dem Korb kann man sich wiederbeleben also Alter in der letzten Mission bin ich so oft gestorben Alter das siehst du in der dritten Folge ey ey ne halt in der sechsten Folge das glaub ich dritte ja ich würd sagen du übernimmst den linken ich übernehme den rechten ok ok los lol 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 ich hab ihn lol ich hab da auch drauf geschossen und ist nicht hochgegangen du musst auf den roten Nippel zielen Brutal hey echt brutal 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 du kannst nicht hin kommen hast du gehört Headshot Alter wo jetzt werden wir aber hart in die Zange genommen hier ich bin fast tot ich hab glaub ich kaum noch Munition hat denn man darf sich nachladen weil der wird das ganze Magazin glaub ich weg ne glaub ich nicht glaub ich nicht ok dann halt nicht ich glaube nicht weiß es nicht warten auf anderen Spieler da ist gleich wieder einer fertig baller den weg haha lol 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 soll ich voll opferhaft lol zu sagen ähm da hätten sie hin da sind glaub ich einige ach und wir können immer dann schießen wenn wenn dieses Geräusch ist ne dann dann wenn die dich nicht ja da sind aber auch welche selber welche an den Geschützen gern schon mal gesehen ja jetzt auch wegknallen lol lol so ich glaube ich wurde gesichtet ich hab' das ich hab' das ich hab' den grad erwischt als seine terror hat ich hab' das ich bin so cool kannst ja auf diese Munition da schießen die da rumliegt von den Flax oder was ist dann gehen die auch hoch echt ja die sollte ich bin tot Spitzenlinge das ist einer ich komme also der schießt doch auf mich das ist ein Penner guck warte mal hier mit das Leiter von auf die roten links davon super gemacht oh fuck oh jetzt kommt das geilste snipen alter ja mhm ein böser Nazi oh ja eine sehr böse Nazi so äh wo haben wir den der ist da oben neues Ziel wo hast du ja ich hier siehst du ja ich sehe die wie die abgeprallt ist an der Wand ja nein loll du hast ihn nein ich hab den in die Eier geschossen du musst ein bisschen über die zielen ja ich spiel habe immer nur auf Dings gespür auf der einfachen ja ich auch von denen ja ich glaube ich habe ihn hoffen hast du auch es gibt es ja nicht her loll jetzt jetzt das ist noch einer an der Kiste ja ich sehs aber hinter uns kommen sie auch durch die den Lücken aber wenn schießen die hier ok egal lass weitergehen Aua WTF Alter voll rabiat voll grob ja voll hartnäckig go 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 warte auf anderen Spieler der ist hinter dir was machst du warum gehst du an Deckung da wurde was bei mir angepasst ach ne fuck man ich bin falsch gelaufen bling ja du musst ja runter müssen aaaaaaah geh da runter wo werfen wir mit Steinen der hat ihr Wichser nehmen die Munition ich will schnell an die Standen gehen dann kriege ich die noch besser da werde ich wohl der erste da warte ist ja so viele oh ne die Grenade oh fuck Aua au ich schieße einfach nur Scope no ich schieße nur Scope und ich treffe die sogar zum Teil ich hab ja ich bin jetzt an der Stande gehen ich mach dich fertig aber warte warte schieß noch ein bisschen in die Häuser rein da kommt doch eh niemand mehr ich weiß es macht trotzdem Spaß einfach zu schießen man warum schießt du in meine Richtung ich mach alles gut yeah um meine Präzision zu zerstören ok ich glaube das war's oh ja Mission erfolgreich ja darum bedanken wir uns für einschalten ja ja dankeschön ja und bis zur nächsten Folge haut rein und bis zur nächsten Folge